Hi, ich bin Julia von Pointer. Ich stehe gerade vor der Hafencity-Universität in Hamburg. Bei dem kalten Wetter denke ich vor allem an eins, und zwar Sommerurlaub. Deswegen höre ich mich heute bei den Studierenden um, welche Reisepläne sie für 2019 haben, welche Faktoren bei der Reiseplanung eine Rolle spielen und ob es auch Länder gibt, in die sie auf gar keinen Fall reisen wollen. Was sind deine Reisepläne für 2019? Ich mache zunächst einmal eine Exkursion nach Shanghai im Mai. Das ist jetzt die erste Reise, die ansteht. Alle weiteren habe ich noch nicht geplant, aber wahrscheinlich kommt New York noch mit auf die Liste. Ich und meine Frau überlegen, nach Südafrika zu fahren und dort dann eine Safari zu machen und danach noch ein bisschen im Indischen Ozean unterwegs zu sein. Da ist in erster Linie angedacht, dass ich mit meiner Familie wahrscheinlich noch mal losfahre, so in den skandinavischen Raum überlegen, dann nach Norwegen oder Dänemark zu gehen. Welche Faktoren spielen für dich bei der Reiseplanung eine Rolle? Das kommt ganz darauf an, mit wem man unterwegs ist. Ich würde sagen, am Anfang ist es doch sehr der Preis. Wir sind Studenten, müssen gucken, ob es günstige Flüge gibt, ob es günstige Züge gibt, welche andere Alternative es gibt. Auch zum Beispiel sogar einfach sagt, hey, man trampt einfach irgendwo hin. Mir ist wichtig, dass ich irgendwie eine gute Flugverbindung habe. Dann natürlich auch Geld, also ich reise eigentlich ungerne, wo ich viel Geld investieren muss. Ich gehe einfach um neue Menschen zu treffen, weil es neue Kulturen gibt, unterschiedliche Faktoren, unterschiedliche Stylen und das Essen ist der wichtigste Faktor für mich. Grundsätzlich muss es warm sein, ja, das ist für mich ganz wichtig, muss aber auch was zu bieten haben. Also ich bin nicht so zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub plane, nur jemand, der am Strand ist, sondern das Land muss an sich auch sowas zu bieten haben, also wandern etc. Dass man sich das irgendwie auch leisten kann. Vielleicht geht es natürlich aber auch über das freiwillige Soziale Jahr oder so. Gibt es irgendwelche Reiseziele, wo du schon immer mal hin wolltest und wenn ja, wieso? Also ich möchte insbesondere ganz gerne an die Westküste Amerikas, also in die Staaten, weil ich finde, dass die Musikszenne da sehr spannend ist. Ich würde gerne die Nordenläuten sehen, weil es einfach schön ist. Es ist etwas anderes. Und auch die Alpen. Südafrika, einfach weil mich die Kultur und das Land sehr interessiert und ich schon sehr viel Gutes darüber gehört habe. Es gibt ein Ziel und zwar, das wäre Svalbard. Das ist oben in der Arktis so und warum ich da hin will, ich bin einfach von der extremen Natursituation da fasziniert. Also wie können Menschen und auch Tiere da unter so krassen Bedingungen bestehen und erfolgreich leben? Kanada, weil man da ziemlich gut wandern kann in den Rocky Mountains und eventuell sogar zum Skifahren. Wo bekommst du deine Inspiration für Länder, in denen du reisen willst? Ich lasse mich da insbesondere von Freunden inspirieren, die posten da ganz viel auf Instagram und da fiebert man natürlich mit, wenn man sieht, okay, meine beste Freundin ist gerade irgendwie in Perth in Australien, mein Kumpel ist gerade irgendwie in Vancouver in Kanada und dann denkt man natürlich schon so, da möchte ich auch ganz gerne mal hin. Ich glaube auch von so Apps wie Urlaubspiraten oder HolidayCheck, aber auch Instagram und vor allen Dingen von Erzählungen von anderen Leuten. Meistens tatsächlich über Social Media oder im Bekanntenkreis. Also tatsächlich Instagram, Pinterest oder wenn man halt im Bekanntenkreis hört, wer wo war und da Bilder gezeigt werden. Gibt es irgendwelche Länder, wo du nicht hinreisen möchtest momentan? Klar, in Gebieten, wo es natürlich, wo momentan Krieg herrscht oder Krieggefahr ist oder es generell ein paar politische Probleme gibt, eher natürlich dann weniger. Lateinamerika ist immer relativ schwer, weil man da Spanisch sprechen muss. Englisch kommt man nicht immer unbedingt weiter, gerade da, wo ich dann hin will, ziemlich weit in den Süden. Ich würde trotzdem hinfahren, aber es ist nicht ganz leicht. Ich bin sehr offen für jegliches Land und auch die Kultur kennenzulernen und auch die Natur. Von daher würde ich jetzt gar nichts ausschließen, muss ich sagen. Es gibt eher so eine Priorisierung, wo man lieber hin würde und was man eher dann noch nicht so im Fokus hat. Vielen Dank.